Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine der schwersten Challenges, nämlich die 5 Minuten Challenge im Create-A-Sim. Das heißt, wir müssen in 5 Minuten einen gesamten Sim erstellen und bestenfalls mit allen Outfits, mit Merkmalen, mit Namen und so, dass es halt auch irgendwie gut aussieht. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich werde mich dieser Challenge stellen. Ich habe jetzt ein Dings für mein Handy eingestellt. Man wird es eh nicht erkennen, wahrscheinlich, weil meine Cam leider nicht so gut ist. Aber 5 Minuten Zeit, glaube ich jetzt. Und es wird schrecklich. Ich will gar nicht auf Stahl treten! SOS, Leute. 3, 2, 1. Okay, was machen wir? Wir ziehen sie erstmal aus, glaube ich. Also, weil sonst komme ich, glaube ich, gar nicht klar. Wir können sie ruhig ein bisschen chubby machen, das ist kein Problem. Machen wir ein bisschen Bubis. Die Peppe ist ein bisschen kleiner. Hilfe! Es stresst mich! Warum tickt diese Ohr? Ich raste aus. Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber mich stresst es gerade richtig, dass das jetzt nebenbei noch so tickt. Ähm, ich finde sie eigentlich ganz hübsch. Wir nehmen aber andere Augenbrauen. Die sind, glaube ich, ganz nice. Ah! Bitte! Äh, dann... Machen wir den Skintone. Und... Eyelashes. Die sehen schön aus, ja. Äh, mh, äh... Irgendwas. Äh, nein. Nein. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das nehme ich. Okay. Jetzt brauchen sie irgendwelche Haare. Scheiße. Äh, ich habe eben CC geshoppt und ich hatte sehr viel... Ich habe irgendwie 233 Items runtergeladen. Dementsprechend ist das jetzt alles nicht so geil für mich. Hm. Ich werde niemals was finden, ey. Ist schrecklich. Ich will sich beeilen. Nee. Das... Muss irgendwas sein, was zu ihr passt, ja. Aber was passt zu ihr? Was ist sie denn? Wer ist sie? Who is she? Äh, der sieht ganz süß aus. Und dann... So in der Farbe. Ja, finde ich glaube ich ganz gut. Dann machen wir den noch ein bisschen... Die Augenbrauen noch ein bisschen so. Ja. Okay. Äh. Make-up. Äh. Hm. Brauchst du Make-up? Wie viel seid ihr... Ich habe noch drei Minuten. Fick mich. Äh. Das funktioniert so nicht. Hm. Äh. Hilfe. Irgendwas. Nimm einfach den Blasch hier. So. Wir gehen direkt zur Kleidung. Wir geben hier ein ganzes Körper-Outfit, weil ich denke, das geht dann ein bisschen schneller. Ah. Hilfe. Ist so es. Ah. Ah. Gib mir irgendwas. Nein, das steht ja nicht. Du musst irgendwas haben, was hier steht. S.O.S. Äh. 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 Nimm das hier. Ja. 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 Nimm das. Das ist gut. Ja. Klick doch jetzt da drauf. Ähm. Sie braucht aber da drunter ein Leggings, weil so sieht das ein bisschen komisch aus, glaube ich. Ja. Und Schuhe. Irgendwas. Komm. Gimme. Gimme. So. Ja. Ja, ja. Das ist schon okay so. Ach nein. Nimm die ganze Scheiße weg. Bitte. Oh nein. Die jetzt Scheiße, die ihre Lashes kaputt machen. Äh. Zieh wieder ein Kleid an. Ähm. Ja. Ja. Nee. Äh. Hm. Ja, nimm das. So. Gib sie hier in schwarz. Ja. Dann ziehst du die dazu an. Äh. Das kannst du schon was tragen. Warum? Warum? Äh. Haben wir hier. Irgendwas. Da. Sport. Ja. Mach die. Äh. Damit so. Ähm. Äh. Kannst du schon was lassen. Ja. Mach einfach. Äh. Hm. Scheiße. Nimm das Oberteil. Ja. Genau. Und die Hose. Die Schuhe kannst du lassen. Nein. Die ziehst du aus. Und du ziehst den Badanzug an. Äh. Den hier. Ah. Äh. Oberteile. Hm. Das da. Und. Eine Hose dazu. Oder so. Das da. Genau. Und. Äh. Hm. Die Schuhe. Äh. SOS. Ähm. Nimm das. Ja. Und. Die in schwarz. Sarah Kreuz. Äh. Äh. Irgendwas. Ähm. Gesellig. 25 Sekunden. Okay. Äh. Wir können eventuell noch irgendwas ausbessern oder so. Kann sie. Oh. Ich denke sie geht so. Ja ja. Ja ja. Geht das so. Ah nein. Das muss weg. Nein. Scheiße. No. Au. Wer macht denn so nicht Sport? Oh mein Gott. Stop. Es. Ah. Aber an sich finde ich ist sie ganz süß. Also ich bin ganz froh, dass ich sie als Start Sim hatte. Weil sonst wäre das noch schrecklicher geworden. Äh. Irgendwie knitten ihre Lashes ein bisschen. Kann das sein? Oder sieht das nur für mich gerade so aus? Ähm. Aber ich glaube es sieht an sich, äh. Sie sieht ganz süß aus so. Und, äh. Ihr Alltagsoutfit ist auch ganz nice. Dann, äh. Naja. Das ist halt jetzt so provisorisch. What the hell? Warum ist das so spitz? Okay. Äh. Ihre Sportkleidung ist halt jetzt ein bisschen. Hm. Also ich hätte hier gerne eine Hose geben. Äh. Ja. So kann man ruhig schon schlafen. Kein Ding. Mach mal was du willst. Hm. Das ist auch vollkommen fein. Ja. Ist halt ein Ballanzug. Kannst du auch ruhig anziehen. So. Das geht. Also sieht ein bisschen komisch aus. Irgendwie. I don't know. Es ist doch nicht das, was ich so wollte. Aber wir hatten einfach keine Zeit mehr. Und, ähm. Ja. Da hatte ich halt Glück, dass ich das jetzt alles so in allem hatte. Ja. Also im Großen und Ganzen bin ich, denke ich, zufrieden mit ihr. Äh. Aber es hätte noch besser kommen können. Pff. Ich hab mir Mühe gegeben, okay? Ich mein, fünf Minuten ist echt wenig Zeit dafür. Vor allem, wenn man bedenkt. Ich sitze sonst meistens vielleicht eine halbe Stunde an einem Sim. An einem. Und, äh. Na ja. Stress mich so sehr. Warum? Warum musste die Hose weg? Mit der sehe es so viel besser aus. Aber. Ja. Weil ich weiß. Ich hatte halt diese Blümchen gesehen. Die sie da am Arm hatte. Da. Aber das kann sie doch nicht tragen, Bruder. Ah. Sagt mir doch, wie ihr sie findet. Und, äh. Ob ihr es vielleicht besser hinbekommen hättet. Vielleicht habt ihr die Challenge ja auch schon mal gemacht in eurem Leben. Vielleicht werdet ihr sie noch tun. Bitte. Sagt mir, dass ihr genauso gut seid wie ich. Weil sonst werde ich sehr traurig sein. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Dann wird es vielleicht nicht mehr ganz so hektisch sein. Weil wir vielleicht was ganz anderes machen. Und. Ja. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.